Diese drei Sternzeichen werden im April 2023 von ihrer Vergangenheit eingeholt. Klopft bei dir in den kommenden Wochen die Vergangenheit an? Ein paar Sternzeichen müssen sich im April 2023 mit ihrer Vergangenheit herumschlagen, ob sie es wollen oder nicht. Eigentlich sollten wir die Vergangenheit hinter uns lassen, damit wir im Hier und Jetzt leben können. Aber manchmal kommt sie einfach in unsere Gegenwart und holt uns ein. Es ist nicht immer unbedingt etwas Schlechtes, wenn wir von unserer Vergangenheit eingeholt werden. Manchmal bringt sie uns auch etwas Gutes. Oft bedeutet es für uns, dass es noch ein Thema gibt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil wir damit noch nicht richtig abgeschlossen haben. Oder das Universum möchte uns helfen, aus unseren alten Fehlern zu lernen und die Dinge nun richtig zu machen. Bei diesen drei Sternzeichen klopft in diesem Monat die Vergangenheit an. Steinbock Du hast das Potenzial, jedes vergangene Traum ein etwas Gutes und Positives zu verwandeln. Unabhängig von der Intensität der Erfahrungen, die du gemacht hast, liegt es an dir, wie du die Vergangenheit interpretierst. Manche Menschen lernen daraus, andere sehen das anders. Aber Fakt ist, dass die Vergangenheit für dich niemals starr und unveränderlich ist. Sie kann jederzeit neu interpretiert, verändert und aufgewertet werden. Du schaust in diesem Monat auf jeden Fehler, den du gemacht hast, als eine Gelegenheit, daraus zu lernen, anstatt ihn als etwas anderes anzusehen. Deine Aufmerksamkeit liegt auf dem, was vor dir liegt und nicht auf Schwierigkeiten der Vergangenheit. Manchmal wirst du feststellen, dass du die Erinnerung an vergangene Erfahrungen wieder erlebst, um dich an die Kämpfe zu erinnern, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Bleibe geduldig, während sich die Dinge mit rasanter Geschwindigkeit entwickeln. Gib nicht auf, wenn du auf Schwierigkeiten stößt und konzentriere dich auf die Ziele, die du erreichen möchtest. Mit einem ruhigen und umsichtigen Vorgehen wirst du dein Ziel erreichen. Vergiss nicht, dass du die Wunden heilst, die deine Beziehungen bedrohen. Dieser Monat wird dir helfen, deine Partnerschaften auf eine neue Ebene zu heben und zu lernen, wie du mit anderen auf einer tieferen Ebene zusammenarbeiten kannst. Sei bereit für neue Herausforderungen, die kommen und nimm jede Gelegenheit an, die sich dir bietet. Erinnere dich daran, wie viel Kraft du aufbringen kannst, wenn der Monat an Fahrt gewinnt und du das Gefühl hast, zu viel zu tun zu haben. Nutze deine Freiheit, Dinge abzulehnen, die nicht verhandelbar sind. Merke dir, du bist derjenige, der bestimmen kann, worauf du dein Augenmerk richtest. Zwillinge Du erlebst vielleicht ein bisschen Bedauern, wenn du schnelle Entscheidungen triffst. Manchmal versuchst du, deine Handlungen zu korrigieren, aber normalerweise gehst du einfach vorwärts und lässt die Vergangenheit hinter dir. Es ist möglich, dass du das gleiche, alte Verhalten immer wieder wiederholst. Doch in diesem Monat hast du die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren und deine Handlungen zu verändern. Stell dir vor, wie sich eine andere Sichtweise auf deine Entscheidungen auswirken könnte und wie du dein Verhalten beeinflussen kannst. Nutze die Gelegenheit, um neue Wege zu gehen und neue Entscheidungen zu treffen. Es ist eine großartige Chance, etwas Neues zu lernen und dein Verhalten zu ändern. Du willst nicht vor deiner Vergangenheit davonlaufen, sondern du bist bereit, die Herausforderungen, welche sie mit sich bringt, anzunehmen. Du begreifst, dass sich ein steiniger Weg durch dein Leben zieht, aber du hast das Vertrauen, dass du alles meistern kannst. Statt dich von früheren Fehlern einschüchtern zu lassen, nimmst du sie als Wegweiser und erkennst deren Wert an. Du musst dich nicht immer wohlfühlen, wenn du dich selbst hinterfragst. Doch das ist das Ziel, was die planetaren Energien für dich bereithalten, ein Abenteuer zu erleben. Setze die Macht des Kosmos ein, um zu sehen, was dir einige Rückschläge bereitet. Dieser Prozess wird dir sicherlich nicht leicht fallen, aber er wird für dich von großem Nutzen sein. Sei einfach ehrlich zu dir selbst und habe keine Angst vor dem, was du entdeckst. Jungfrau In diesem Monat hast du die einmalige Gelegenheit, eine interessante Taktik anzuwenden, um mit deiner Vergangenheit umzugehen. Versenke dich ab und zu in deine Erinnerungen, nutze die Dinge, die du damals gelernt hast und bring sie in die Gegenwart. Unternehme die Anpassungen, die du brauchst, um deine Reise erfolgreich zu gestalten. Flexibilität ist der Schlüssel, um voranzukommen. Wenn du dich anpassen kannst, wirst du wieder auf dem richtigen Weg sein. Du hast vielleicht in der Vergangenheit ein paar Türen ungeklärt gelassen. Doch es ist an der Zeit, diese Türen endgültig zu schließen. Wirf dich auf keinen Fall wieder in deine alte Verantwortungslosigkeit zurück. Wenn du die Nerven behältst, wirst du am Ende als Sieger aus der Sache hervorgehen. Du bist ein komplexer Mensch, der sein Bestes gibt, um jeden Tag nach vorn zu schauen. Du schämst dich nicht für alles, was du schon durchgemacht hast. Es ist aber besser, es nicht noch einmal zu erleben. Stattdessen versuche, anderen Menschen bei ihren Problemen zu helfen oder dich mit deren Vergangenheit zu beschäftigen. Plane stattdessen lieber für die Zukunft und vergiss die Vergangenheit. Versuche die beste Version deiner selbst zu werden, indem du auf deine Ziele hinarbeitest. Stelle dir vor, wie du deine Träume und Ziele erreichen kannst und verfolge sie. Verwende jeden Tag, um dich auf deinen Weg zu deiner Zukunft vorzubereiten. Du hast viele schwere Zeiten durchgemacht, aber jetzt ist es an der Zeit, die nächste Ausgabe deines Lebens zu installieren. Es ist eine Zeit der Heilung und der Wiederherstellung deines Optimismus. Mit dem Beginn des Sommers erlebst du eine persönliche Erneuerung, die schon lange herbeigesehnt wurde. Du wirst leichtfüßig und voller Hoffnung sein und am Ende des Monats wird es dir gut gehen, kein Herzschmerz mehr. Du wirst leichtfüßig und voller Hoffnung sein, kein Herzschmerz mehr.